Letzte Woche hatte ich ein cooles Gespräch mit einem Mentoring-Kunden, der meinte, hey Robert, LinkedIn-Nachrichten habe ich ja komplett unterschätzt. Wenn man weiß, wie das funktioniert, dann kann man damit ja richtig Spaß haben. Hintergrund ist, dass er vor der Zusammenarbeit schon ein bisschen damit rumgespielt hat, aber nichts passiert ist, weil er nicht wusste, wie man das richtig macht und vor allem auch, wie man es sympathisch machen kann, dann in die Zusammenarbeit gekommen ist, unseren Leitfaden für die Direktnachrichten bekommen hat, das wirklich sauber gemeinsam mit uns umgesetzt hat und jetzt Woche für Woche Termine über LinkedIn vereinbart und wirklich selbst geflasht war, wie gut das funktioniert. Wie das Ganze funktioniert und wie du es auch für dich umsetzen kannst, werde ich dir in dieser Folge verraten. Am Ende sind es drei Phasen, die du meistern musst. Welche drei Phasen das sind, werde ich dir in dieser Folge verraten. Ganz wichtig, wenn du dir genau diesen LinkedIn-Direktnachrichten-Leitfaden auch sichern willst, den ich in dieser Folge hier vorstellen werde, dann sicher dir deinen kostenfreien Zugang zu unserer Social Leads Academy. 14 Tage kannst du die Academy testen und kriegst direkt Zugriff auf diesen Direktnachrichten-Leitfaden. Und ich kann dir sagen, alleine der Leitfaden, dafür lohnt es sich schon, Mitglied in der Academy zu werden. Und insofern, wenn du dir den Zugang noch nicht gesichert hast, tu das. Link dazu findest du direkt hier unter dieser Folge. Die große Frage ist doch, wie schafft man es, Woche für Woche sympathisch Termine über LinkedIn zu vereinbaren, sodass bestenfalls sein Kalender genau so aussieht. Und die große Kunst ist es wirklich, direkt Nachrichten zu meistern und ganz genau zu verstehen, wie man wirklich es schafft, Gespräche zu eröffnen und dann am Ende zu konvertieren, sodass du bestenfalls vier bis zwölf Termine pro Woche darüber vereinbarst. Großes Problem, jeder von uns hat wahrscheinlich schon irgendwelche stumpfen Copy-Paste-Nachrichten auf LinkedIn erhalten. Und das große Problem daran ist, dass viele deshalb glauben, dass LinkedIn-Nachrichten per se nervig sind und verpassen dabei aber eine große Chance, denn viele Wunschkunden sind am Ende eigentlich nur eine direkte Nachricht entfernt. Und wenn ich zurückblicke, wie viele coole Kunden wir auch gewonnen haben, dadurch, dass wir sie angeschrieben haben, ist es etwas, eine Strategie, die ich niemals missen möchte und deshalb auch jeden Tag mit meinem Team gemeinsam umsetze, weil man einfach nochmal Leute erreicht, die vielleicht noch nie was von dir gehört haben, sich keine Zeit genommen haben für dich, noch nie deinen Content irgendwie richtig verfolgt haben, aber die perfekt zu dir passen und die eigentlich nur eine gute Nachricht brauchen, sozusagen um das Gespräch zu eröffnen und dann zu konvertieren. Und jetzt natürlich die Frage, wie kriegt man das hin? Am Ende gliedert sich das Ganze in drei Phasen. Und Phase 1 ist erstmal das Kennenlernen. Wie auf einer Messe oder auf einer Party fängt man erstmal an, ein Gespräch zu eröffnen und das möglichst sympathisch. Und da schnappen wir uns meistens die Begrüßungsnachricht, weil das die erste Nachricht ist, die wir rausschicken. Die Leute haben dich angenommen als Kontakt und dann kommt die Begrüßungsnachricht von dir. Und hier geht es nicht darum, jetzt wirklich fünf Minuten von dir zu erzählen und so einen Roman rüber zu schicken, sondern wirklich erstmal Smalltalk zu betreiben. Und ein schönes Beispiel habe ich hier mitgebracht von einem Format. Hey Silke, freut mich, dass wir vernetzt sind. Ich habe gerade ein neues Video veröffentlicht mit sieben Tipps für das perfekte LinkedIn-Profil in 2023. Soll ich dir das mal schicken? Zum einen Idee dahinter, Mehrwert zu geben in der ersten Nachricht. Also wirklich ihr etwas rüber zu schicken, wovon sie etwas hat. Video ist super beliebt. Wenn noch nicht angeguckt, unbedingt ansehen. Und ich frage um Erlaubnis. Hier schon so der gängige Fehler, dass Leute irgendwie direkt den Link rüber schießen und gar nicht um Erlaubnis fragen. Das Coole ist, wenn du nach Erlaubnis fragst, kriegst du auch eine Antwort und weißt, dass die Person auch da mit dir interagiert. Und genau das willst du ja haben, dass ein Gespräch entsteht und nicht hier Silke ist das Video viel Spaß damit, sondern dass eine Konversation entsteht. Silke hat geantwortet, bin gespannt drauf, freue mich auf das Video. Fertig, schicke das Video rüber. Fertig. Das ist alles, was man am Anfang erstmal machen kann und machen soll. Wir haben über die Zeit, das ganz cool, wirklich vier verschiedene Begrüßungsnachrichten entwickelt, die es gibt. Verschiedene Formate. Von der Meld-Dich-Begrüßungsnachricht über die Lead Magnet-Begrüßungsnachricht, die Entscheider-Begrüßungsnachricht und die Video-Begrüßungsnachricht. Also es bedeutet, es gibt unterschiedliche Strategien, die man perfekt nutzen kann, um am Anfang erstmal nur ins Gespräch zu kommen. Also das ist das oberste Ziel, was wir hinbekommen wollen. Und da gibt es wirklich eine Range von, ich mache ganz knackig erstmal Hallo und sage, für welches Thema ich bekannt sein will, bis hin zu, du willst an Entscheider ran und gehst ein bisschen straighter mit dem Pitch rein und zeigst den Leuten ganz genau, welchen Mehrwert du lieferst und vielleicht da schon eine Antwort bekommst. Dann kommt Phase 2. Und ich glaube, Phase 2 ist die, die fast alle versuchen zu überspringen und es deshalb auch nicht funktioniert. Weil du hast jetzt einmal Hallo gesagt und jetzt gehen die meisten Leute hin und sagen direkt, hey, guck mal, ich biete das an, wollen wir nicht mal sprechen. Und alle Leute sind so, ey, wer bist du, wo kommst du her, was willst du von mir? Und auch wie in der realen Welt, auf einer Messe, auf einer Party, auf einem Event, kommt jetzt die Phase, wo man sich so ein bisschen beschmuppert und gegenseitig guckt, ob man vielleicht zusammenarbeiten will oder nicht. Das bedeutet auch in diesem Framework, was ich dir hier zeige, versuchen wir die Leute immer erstmal menschlich zu gewinnen und dann fachlich zu gewinnen. Ja, also das bedeutet erst menschlich, dann fachlich. Und das bedeutet, hier gibt es sogenannte Eisbrecher-Nachrichten und da gibt es auch ein cooles Framework, was wir auch in dieses Dokument gepackt haben. Zum Beispiel sowas wie, liebe Sandra, die Werte, die du in deiner Infobox vorstellst, sind fast 1 zu 1 die Punkte, die ich auch in meinem Business vertrete. Schön zu sehen, dass Sorgfalt, Liebe und Detail und der Erfolg des Kunden im Mittelpunkt stehen. Muss ich einfach mal loswerden, grüße. Du siehst, das Ding kriegt man nicht per Copy-Paste hin. Und auch hier brauchst du deshalb nicht 100 dieser Nachrichten, sondern du musst dir 5 Minuten Zeit nehmen, dich auseinandersetzen mit der Person, die du wirklich gewinnen willst und einfach mal eine Konversation starten, bestenfalls mit einem Kompliment da zu lassen. Und da gibt es tatsächlich ein cooles Framework, was ich hier schon mal einen Ausblick geben kann, dass der Aufhänger sozusagen das Entscheidende ist. Das bedeutet, hey, Name, individuelle Aufhänger mit offener Frage, bestenfalls. Dann lieferst du einen Mehrwert und dann kannst du auch gegebenenfalls auf einen Termin pitchen. Wenn wir uns die Eisbrecher-Nachricht angucken, ist es relativ ähnlich. Du nimmst einen Aufhänger, offene Frage und fertig. Und hier siehst du auch, was es für Aufhänger eigentlich gibt. Und umso besser dein Aufhänger ist, zum Beispiel, was weiß ich, ihr habt beide in Hamburg studiert, ihr habt einen gemeinsamen Freund, du hast etwas auf der Webseite gesehen, du hast dir eine Podcast-Folge angeguckt. Du hast etwas über den Job, irgendwelche Kenntnisse, die niemand anderes hat. Du hast irgendwas gesehen, was bei LinkedIn gepostet hat. Also das sind Aufhänger und ich habe das Gefühl, das können die wenigsten, haben das jemals gehört, weil das Verrückte ist, umso besser dein Aufhänger ist, desto schneller wirst du auch Termine und Antworten bekommen. Aber das ist wirklich eine Kunst, die man auch wirklich lernen muss und üben muss. Und daraus entstehen auch die Beispiele, die hier drin sind für diese Eisbrecher-Nachrichten. Und du kannst wirklich, das Coole ist, dass wir auch immer wieder Kunden in dieses Experiment schicken, einfach mal 50 Eisbrecher-Nachrichten über zwei Wochen zu verschicken. Und die meisten kommen wieder und meinen, krass, ich habe so viele Antworten wie noch nie bekommen. Daraus sind coole Gespräche entstanden und darüber sind auch die ersten konkreten Angebote entstanden. Und man hat noch nicht mal gepitcht, sondern man hat einfach bestenfalls ein Kompliment dagelassen, hat irgendwas, eine Gemeinsamkeit gefunden und fertig. Es kann einfacher sein, als man es sich manchmal macht. Und das Einzige wirklich, es ist keine Copy-Paste-Nachricht. Man kann es nicht automatisieren, man muss ein bisschen nachdenken, aber das ist das Entscheidende hier. Und dann kommt eigentlich Phase 3, dann kommt das Konvertieren. Wie kriegt man die Leute wirklich sympathisch in Termine und das systematisch? Und dafür haben wir tatsächlich vier Strategien entwickelt über die Zeit, auf die ich extrem stolz bin. Sowohl Smart-Pitching, wo man sehr straight, sozusagen kalt in die Leute reingeht, wo man relativ viele Nachrichten auch reinschicken muss, um einen Termin zu bekommen. Aber diese Leute sind auch kalt. Das kannst du zum Beispiel Leuten schicken, die gerade mal sieben Tage mit dir verknüpft sind. Du merkst aber, ey, das ist genau jemand, den ich haben will, kannst da eine Nachricht rausschicken. Dann Visitor-Rebound ist schon ein bisschen dankbarer. Das sind Leute, die zum Beispiel auf deinem LinkedIn-Profil waren. Da hast du einen perfekten Aufhänger, hab gesehen, dass du auf dem Profil warst. Baust dann eine Nachricht und fertig. Video-Outreach ist auch eine coole Möglichkeit, dass man wirklich mit Loom-Videos einen gewissen Mehrwert liefert. Auch das, wenn man das richtig macht, kann man Woche für Woche extrem viele Termine rausziehen. Und das Dankbarste, was man eigentlich machen kann, ist der sogenannte Content-Rebound, wo man sich wirklich Leute schnappt, die schon mit dir interagiert haben, die in deinem Content unterwegs sind. Weil diese Leute haben extrem viel Vertrauen zu dir und die in Nachrichten zu bekommen, ist relativ simpel. Ein Beispiel für Smart-Pitching, um dir eine Strategie zu zeigen, kann wirklich sein, hey Jürgen, hab gerade auf eurer Webseite gesehen, dass ihr IT-Fachkräfte sucht. Vielleicht können wir da unterstützen, sollen wir einfach mal dazu sprechen. Ich weiß noch, wie ein Kunde das rausgeschickt hat und zwei Minuten später hat eine Antwort, rufen Sie mich mal bitte zurück. Und war so, krass. Und das bedeutet, da steckt wirklich am Ende die Magie drin und vor allem auch in diesem Leitfaden, das Ganze zu machen. Und wenn man diese Klaviatur beherrscht, schafft man es wirklich Woche für Woche sozusagen, die Termine zu vereinbaren. Und das Coole ist, dass genau das wirklich die gesamte Anleitung, alles, was wir gelernt haben zum Thema LinkedIn-Nachrichten in unserem Leitfaden drin ist. Wenn du dir unsere Social Leads Academy noch nicht gesichert hast, dann tu es unbedingt, weil da ist dieser Leitfaden drin. Und wir zeigen dir auch wirklich Schritt für Schritt, wie du wirklich, wir haben zu jedem Thema auch ein Modul, wo wir dir das Tutorial dazu zeigen, worauf ich extrem stolz bin. Das bedeutet, wenn du hier in unsere Academy kommst, in Modul 5 reinhüpfst, dann hast du hier zu jeder Strategie noch ein ausführliches Tutorial, wo ich dir wirklich Schritt für Schritt zeige, wie du es auch wirklich umsetzt, wie die Nachrichten aussiehst und wie du das Ganze konvertierst. Das bedeutet, wenn du Termine haben willst, spring in unsere Social Leads Academy. Link dazu findest du unter der heutigen Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Eine letzte Sache noch. Ich würde mich extrem freuen, wenn du dem Video ein Like da lässt, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Und am Ende, dass wir es gemeinsam schaffen, dass es mehr sympathische Nachrichten auf LinkedIn gibt und weniger Copy-Paste-Nachrichten. Und dann sehen wir uns direkt in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.